Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video und heute gibt es mal ein etwas theoretischeres Video, denn ich habe leider noch keine Enka Solex Solarbank 2 Pro hier. Aktuell ist es so, dass das erstmal nur ein Informationsstand ist, den ich aktuell habe und ich hoffe, dass dann in Zukunft auch ein System hier bei mir ankommen wird, sodass ich euch dann auch wirklich mal live zeigen kann, wie das Ganze funktioniert, was die Vor- und Nachteile sind und so weiter, denn aktuell müssen wir uns bei dem ersten 2400 All-in-One Balkonkraftwerk zunächst mal darauf beschränken, dass wir nur Informationen haben, aus denen wir jetzt rauslesen können, was könnte vielleicht ein positiver Aspekt sein und wo können es eventuell auch zukünftig schwierig werden. Das wollen wir heute im Video mal tun und in der Hoffnung, dass ich euch dann demnächst auch das ganze System zeigen kann, starten wir jetzt mal rein in das Video. So, für diejenigen unter euch, die im Bereich Enka Solex nicht so versiert sind, vielleicht ganz kurz die Info. Wir sprechen hier über ein All-in-One-System mit allen Vor- und Nachteilen, das heißt Akku, Solarregler und vor allen Dingen der Wechselrichter sind in einem System verbaut und man könnte sagen, das ist ein Problem, denn wenn ein Gerät kaputt geht, hat man eine Herausforderung, aber deswegen gibt es ja 10 Jahre Garantie und 15 Jahre zumindest angegebene Lebensdauer. Insgesamt lässt sich das System auf eine maximale Kapazität von 9,6 Kilowattstunden erweitern, das ist dann die Variante, die ihr ganz rechts seht, also zum einen das Basissystem und dann hinzu kommen noch vier Erweiterungs- oder, sorry, in der Maximalausbau fünf Erweiterungsstufen, die dann auf 9,6 Kilowattstunden kommen. Und damit ihr das Ganze dann auf eurem Balkon oder auf der Terrasse entsprechend auch verwenden könnt, hat es die Schutzklasse IP65, das sollte im Normalfall für zumindest halbwegs geschützte Balkone oder Terrassen ausreichen und im Winter geht es bis minus 20 Grad runter, dann steigt allerdings logischerweise die Batterieheizung ein, um das Ganze zu unterstützen. Ja, eine Herausforderung, mit der viele andere Systeme ja nicht klarkommen, ist, das System wird erstmal grundsätzlich durch einen Stromausfall stromlos, ja. Dann könnten viele andere Systeme die Leistung oder beziehungsweise die Kapazität, die im Akku steckt, nicht rauslassen. Hier ist es so, 1000 Watt könnt ihr über die Schuko-Steckdose rausziehen, das ist jetzt nicht die Welt, aber aus meiner Sicht zumindest für den Übergang mal erstmal ausreichend. Ja, besonders spannend und das ist auch eines der neuen Features in der neuen Version sozusagen, ist der Smart Meter, den ihr euch einbauen lassen könnt. Dann reagiert das System auf die Bedarfe in eurem eigenen Stromnetz und kann mit kleinen Reaktionszeiten und auch mit geringen Wattauslastungen beziehungsweise geringen Wattveränderungen schon drauf reagieren, dass dann der Stromspeicher optimal in eure Auslastung integriert ist, um eben das Bestmögliche für euch rauszuholen. Ja, wir haben es vorhin schon gesagt, grundsätzlich ist das Ding das erste All-in-One-Paket, welches 2400 Watt verarbeiten kann, über 4 MPPTs. Also da muss man einfach sagen, das ist natürlich schon eine gute Geschichte, geht natürlich mit anderen Systemen auch, die sind dann aber logischerweise nicht so ein All-in-One-Paket und deswegen ist das vielleicht nochmal ein Merkmal, welches herauszustellen ist. Grundsätzlich sind 6000 Ladezyklen drin, dann bleiben noch 70% Restkapazität, zumindest mehr als das, 5000 bei 80%, da würde ich sagen, das geht also in Ordnung. Ihr habt eine Lebensdauer, die angegeben ist mit 15 Jahren und die Garantie, die ihr dazu bekommt, wenn ihr das Ding kauft, liegt bei 10 Jahren, also das sollte erstmal ausreichen. Gut, jetzt gucken wir uns den Speicher nochmal im Detail an, da gibt es so ein paar Bilder, die Anker zur Verfügung stellt. Das ist von der Optik her, mir persönlich gefällt es ganz gut, ist natürlich irgendwo auch ein bisschen Geschmackssache. Insgesamt 21,1 Kilo, die Maße seht ihr unten, 46 cm mal 25 mal 25, also aus meiner Sicht, selbst wenn ihr einen kleineren Balkon habt, sollte das noch passen, insbesondere halt eben für die Leistung, die ihr hier bekommt, denn 1,6 Kilowattstunden sind ja in diesem Basisgerät schon enthalten. Ihr könnt das Ganze betreiben von minus 20 Grad bis plus 55 Grad. Minus 20 Grad wird natürlich nicht viel passieren, das ist dann tiefster Winter hier bei uns in Deutschland, da ist mit Sonne leider ja sowieso nicht mehr viel. Plus 55 kann dann schon mal aufkommen, ja und deswegen macht es natürlich Sinn, den Speicher nicht in die pralle Sonne zu stellen, aber ich denke, das dürfte jedem dann letztlich auch klar sein. Insgesamt hat man aus meiner Sicht bei der Optik und auch bei der Konstruktion des Gerätes auf die Vorteile oder beziehungsweise die guten Benefits aus der Version 1 Rücksicht genommen und hat diese nochmal weiter verbessert, sodass insgesamt, zumindest so wie man die Bilder bisher interpretieren kann, eigentlich ein ganz schlüssiges System da ist, welches dann hoffentlich auch an die Qualität der Version 1 nochmal rankommt. So, jetzt sind wir im Schweinsgalopp einmal durch die Infos, die bisher vorliegen, durchgegangen. Grundsätzlich ist es so, das System erscheint am 22. Mai. Es gibt hier tatsächlich auch noch einen Early Bird Rabatt von 22% auf einen Preis, den wir aber noch nicht kennen, also von daher lassen wir uns mal überraschen. Es gibt das Smart Meter dazu und 50 Euro Coupon. Zusätzlich noch ein Geschenk, welches ich aber leider aktuell auch noch nicht kenne, das sind so die Infos, die mir Enka zugespielt hat. Link findet ihr in der Videobeschreibung, wenn euch das interessiert, klickt da mal drauf. Ansonsten warten wir mal ab, was nachher rauskommt. Grundsätzlich gefällt mir das Paket eigentlich ganz gut. Es gibt einige Vorteile gegenüber der Version 1 und ich hoffe, dass die Nachteile noch mehr ausgemerzt wurden. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt mir gerne in die Kommentare. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und sage am Ende wie immer, Alexa, Kamera aus. Okay.